Das Unternehmen Zwima wurde 2008 in Turun gegründet. Hier ist es auch bis heute tätig. Zwima ist ein polnischer Hersteller von Polyethylentanks. Der Produktionsbetrieb umfasst eine Fläche von 22.000 Quadratmetern. Davon sind 3.000 Quadratmeter Räumlichkeiten für Produktionshallen, Lager und Büros. Wir beschäftigen über 150 Mitarbeiter. Unser Schlüssel zum Erfolg sind Investitionen, ständige Weiterentwicklung und vor allem ein ausgezeichnetes und engagiertes Team. Durch zahlreiche Schulungen und Trainings steigern wir ständig unsere Kompetenzen. Der Vorteil der Firma Zwima gegenüber ihrer Konkurrenz ist guter Kontakt zu den Kunden, ein schneller und professioneller Service sowie die umfassende Umsetzung von Kundenaufträgen und Investitionen. Unsere Produkte eignen sich nicht nur für Landwirtschaft, sondern auch für die Industrie, Bauwesen, Transportindustrie sowie uniformierte Dienste und kommunale Wirtschaftsbetriebe. Zwima ist auch in der Herstellung von elektronischen Systemen für Mess- und Verteilungssysteme tätig. Ein hochqualifiziertes Team aus Designern und Ingenieuren führt moderne und innovative Lösungen ein. Wie beispielsweise Libremos, ein System zum präzisen Messen des Flüssigkeitsstands. Zwima ist ein führender Hersteller von Tanks zur Lagerung von flüssigen Brennstoffen, Wasser und anderen chemischen Stoffen. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit und Sorge um Details aus. Die Anzahl unserer Kunden wächst ständig. Wir erreichen über 26 Länder aus der ganzen Welt. Zwima ist eine moderne und professionelle Produktion. Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch Untersuchungen und Tests unabhängiger Forschungsinstitute bestätigt. Die Tanks von Zwima werden auf Messen und Branchenveranstaltungen eingeschätzt, bei denen wir zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Wir betonen von Anfang an, dass unsere Tanks aus Turun stammen. Deswegen sind wir besonders stolz auf das Gütesiegel Made in Turun. Zwima nimmt aktiv am Leben der lokalen Gemeinschaft teil und unterstützt unter anderem Speedway-Rennen, Hockey-Mannschaften und Schwimmschulen von Turun. Wir sind der größte Partner der Feuerwehrmann-Weltmeisterschaften in Turun. Nach 10 Jahren ist Zwima eine Marke, die die höchste Qualität sicherstellt. Und die Tanks aus Turun sind nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit bekannt.